Stadion-Flog 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 und dann, ja, Übergang natürlich perfekterweise auch. Heute kein Steinenflock, heißt auch am Donnerstag keinen, weil, ey, wir dürfen noch mal ran. Relegation am Donnerstag für alle Dauerkarteninhaber kostenlos, einfach auf die Karte übertragen dann, was auch nur fair ist, war gegen Union Berlin damals auch so. Wäre ja noch frecher, wenn sie für so ein Relegationsspiel auch noch mehr Kohle rausziehen würden aus jedem Fan. Verkauf ist, glaube ich, Dienstagmittag um 12 oder sowas für Mitglieder. OFC ist, glaube ich, schon um 10. Wird auch wieder wahrscheinlich so dermaßen schnell ausverkauft sein, die Geschichte. Donnerstag Hinspiel und Rückspiel am Montag. Relegation, das mal hier terminierungsmäßig. Hinspiel natürlich das Heimspiel für uns, Heimrecht im Hinspiel. Donnerstagabend, weiß gar nicht, was die anpfeifen, 20.30, 45 oder sowas. 20.45 irgendwie so um den Dreh. Weil wir müssen noch mal nachsitzen, weil in der ersten Instanz natürlich erstmal Bochum gewonnen hat und sich eben dadurch an uns vorbeigeschoben hat. Wir waren ja auf Platz 15 gestartet und Bochum auf Platz 16. 3-0 gegen Leverkusen. Auch natürlich ein super Spielverlauf, wenn dann wirklich drei VfBler, drei Ex-VfBler getroffen haben. Bei Bochum ist es unfassbar. Bloß Leverkusen nach acht Minuten schon runter mit einer Täglichkeit roten Karte oder nachdrehen, was es da war. Du kannst dich ja leider auf so Klubs, die Leverkusen leider auch einfach nicht verlassen. Fertig aus. Du kannst dich auf so Vereine nicht verlassen wie Leverkusen. Schalke auch noch mal richtig dran gewesen. 2-2 in Leipzig. Am Ende noch 4-2 verloren. Deswegen leider abgestiegen. Tut mir sehr leid für alle Schalker. Und auch da, auch wenn da manche immer noch so quasi die Hertha-Fans runterreden wegen dem Olympiastadion und so Geschichten. Nein, Hertha hat auch geile Fans. Schalke hat geile Fans. Da gehen zwei dicke, dicke Traditionsvereine runter auf 17 und 18. Das kann, glaube ich, keinem in der Bundesliga gefallen. Rein aus dem Aspekt, klar, sportlich vielleicht und spielerisch und vom Verein. Aber rein von Fans her kann das keinem gefallen, dass hier Hertha und Schalke absteigen. Wir auf 16, weil wir es nicht geschissen bekommen haben. Ganz einfach. Stimmung am Anfang war geil. Komm's rein, Choreo, alles geil gewesen. Am Ende nochmal nach dem 1-1 richtig, noch richtig was gegangen natürlich. Stadion gestanden, alle in weiß, war alles angerichtet. Es war alles angerichtet und du hast es halt nicht genommen. Du hast es nicht genommen. Du bist wirklich mit vollgeschissenen Hosen ins Spiel direkt schon reingegangen. So hat es gewirkt. Die erste Halbzeit war wie gegen Leverkusen so ein absolutes 0-0-Langweiler-Kack-Kick, weil Hoffenheim ja auch nichts wollte. Die waren schon durch. Die wollten hier absolut nichts mehr, die TSG. Und wir am Ende dann noch das Tor kassiert und kurz Angst haben, scheiße, wenn jetzt Schalke führt, dann sind wir sogar auf 17. Wenigstens das nicht eingetreten. 1-1 noch gemacht, am Ende auch nicht das Gefühl gehabt, dass das 2-1 noch fällt irgendwie. Das hat mir das Spiel heute nicht gegeben. So ein komischer Nebel über dem Spiel irgendwie. Es sollte nicht sein heute und war auch verdient am Ende ein 1-1. Wir hatten ein paar Chancen, ja, aber so im Stadion zu stehen, denkst du ja auch irgendwann, komm, was soll die Scheiße? Jetzt spielen wir Relegationen, obwohl wir so eine Top-Vorlage hatten. Nur gewinnen zu Hause, nur gewinnen zu Hause gegen Hoffenheim, du bleibst drin. Letztes Jahr sah es noch viel schlimmer aus und wir haben es noch geschafft. Witzigerweise, da ja auch letztes Jahr 33 Punkte auf 15. Dieses Jahr wieder 33 Punkte, aber diesmal auf 16. So müssen wir halt nachsitzen. Da kann keiner Bock drauf haben. Wirklich keiner Bock drauf haben. Nach dem Spiel war auch ganz komisch. Hier Security, die sich da hingestellt hat und quasi alle reinschicken wollte, wahrscheinlich Angst hatten vor Blattsturm, der aber auch nicht gegeben war. Also, der wäre in einem negativen Sinne gewesen und Spieler irgendwie konfrontieren, aber so hat es nie gewirkt. Die Kurve wäre auch immer recht positiv gewesen, auch am Ende nochmal gepusht für sowas. Da auch geil gewesen, Endo erstmal, haut dem quasi die Hand aus dem Gesicht vom Ort und meine Mannschaft, Kapitän, ich gehe da hin jetzt in die Kurve. Gutes Zeichen. Und Hoeneß nochmal noch einen näheren Schritt gemacht, zweiter Schritte näher an die Kurve gegangen. Nochmal hier, danke für den Support, Faust geballt, wichtig. Und auch hier nochmal, woher wir kommen? Wir kommen aus Labbadia und wir kommen aus Platz 18 mit 5 Punkten Abstand auf Platz 15. Also immer noch eine Top-Leistung von Hoeneß, seitdem er da ist. Das will ich mir nicht wegreden lassen von ihm. Auch vom Spiel schöne Worte gefunden in der PK zu den Zuschauern, zu den Fans. Also geiler Typ einfach, bin ich sehr happy mit ihm. Das müssen wir halt leider nachsitzen. Es geht vermutlich gegen den HSV, das entscheidet sich ja erst morgen, Heidenheim kann auch noch auf Platz 3 rücken, aber vermutlich HSV, der nächste Ex-VfBler mit Tim Wald, der nächste Ex-VfB-Trainer. Und das wird nochmal zittert und bis zum geht nicht mehr. Ich gehe mir vor, dass die Stimmung in beiden Spielen komplett geisteskrank wird. Also Hinspiel so oder so, ich weiß auch, das Heimspiel gegen Union war brutal krass von der Stimmung her, das Heimspiel gegen Union, das Hinspiel und auch da der Vergleich. Wir können zumindest nicht mehr mit zwei Unentschieden absteigen. Es gibt keine Auslösungregel mehr. Also das ist auch schon mal weg im positiven Sinne. Nochmal alle Kräfte bein. Wir sind ja eigentlich aus einer guten Phase. Wir kommen eigentlich aus einer guten Phase. Wir hatten unter Hündnis bisher wirklich bis auf das Hertha-Spiel eine gute Phase gewesen. Guter Fußball. Hoffentlich kriegen sie ihren Kopf wieder hoch, weil die meisten oder ich ja auch, die meisten Fans ja auch, zu Recht auch, gedacht haben, gut, Hoffenheim zu Hause gewinnst du und dann bleibst du drin. Wahrscheinlich schon ein kleiner Knick jetzt hier heute, aber direkt die Spannung hochhalten. Direkt am Donnerstag geht es los. Donnerstag Hinspiel, Montag Rückspiel, nochmal alles zusammenholen, dann können wir das auch schlagen. Das ist immer noch ein Zweitligist gegen oder spielen aktuell gegen die Vollgas. Wie gesagt, da wird es keinen Schallenflok geben und dann nochmal zum Anfang zurückzukommen gegen im Hinspiel, Rückspiel. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt irgendwie an Karten komme auswärts, wo es dann wäre und so. Das ist ein anderes Thema dann. Hier auch nochmal am Ende, auch wenn es gerade der Schallenflok war, aber natürlich nochmal ein dickes Danke an die Reihe, in der ich war und mal gucken, wie ich es nächstes Jahr mache. Wie gesagt, Thema für ein anderes Video dann, aber geile, 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 geile Reihe gehabt. Geile Reihe, geiler Blog gehabt generell. Hier alle auch vor allem im nahen Umfeld um mich rum. Ich habe immer noch einen neben mir, habe ja zwei Dauerkarten, einen neben mir, eine Wanderkarte quasi und dann meine Karte und rechts neben mir noch einen Kollegen, links noch ein paar. Wirklich immer Spaß gehabt, immer abgeklatscht, immer miteinander gelabert, gelacht, dies, das. Die auch, wie gesagt, Thema für ein anderes Video, aber auch die, nie, also eher im Gegenteil, die haben es gefeiert. Also da hatte auch in meinem Umfeld, in meinem Blog kein Mensch Probleme mit der Filmerei, aber ich sage, das ist ein anderes Thema. Donnerstag geht es weiter, aber trotzdem das Lob nochmal loswerden, war wirklich eine geile Reihe, eine geile Saison gewesen, trotz eben der über weite Strecken, ja, einfach nicht guten Saison, auch nicht guten Heimspielen in vielen Phasen, auch wenn man da eher feiern durfte mit das, mit nicht immer wieder. Aber heute war es einfach zu wenig. Da muss man auch einfach enttäuscht sein heute, aber dann natürlich auch einen Blick nach vorne richten, Relegation, und wir haben noch zwei Spiele in der eigenen Hand. Wir haben natürlich schlechte Erfahrungen mit Relegation gemacht, aber Vollgas geben, wir haben Jungs auf dem Platz gekicken können, auch heute waren nicht alle gut, zum Beispiel auch einen Sosa kann man heute, glaube ich, wirklich rausheben. Also das war auch so ein Zeichen für mich irgendwann. So in den letzten paar Minuten hast du gehofft, nach der 80. 1-1 haben wir gehofft, jetzt geben sie nochmal Vollgas, vielleicht fällt nochmal so, dachte mir schon seit Tagen, vielleicht macht sogar Luca Pfeiffer irgendwie eine wichtige Rolle, wäre so klassisch, aber nachdem man irgendwann ab Minute 85 auch die sechste, siebte komplette Müllflanke von Borna Sosa reingesiedelt ist, darf ich mir kommen. Heute ist so ein Spiel, so ein Tag, da passiert das einfach nicht. Also das war echt schade, weil den hast du ja auf dem Platz für die Flanken. So Nathal ist echt gut gemacht gegen Mainz als Ersatz, aber vor allem diese Waffe zu haben mit den Flanken von Sosa, deswegen hast du ihn immer auf dem Platz, die war heute nicht da, das hat wirklich gefühlt, wahrscheinlich übertrieben gesagt, wieder aus dem Stand in der Sicht, aus der Kurve die Sicht, der hat 15 Flanken reingeschlagen und 16 davon waren scheiße. Also das war einfach ein komisches Spiel, würde mich jetzt hier im Kopf einen Kragen reden, aber auch kein Zettel vor mir diesmal mit Stichpunkten oder sowas. Wir werden uns mit dem Thema Relegation und so weiter beschäftigen, natürlich dann bis Donnerstag, wo es dann nochmal heiß wird, wichtig wird am Montag Rückspiel dann und ja, gerne eure Meinung da lassen zu jeglichen Themen, die ich jetzt angesprochen habe im Video. Ja, hätten wir uns alle anders gewünscht heute, also natürlich bei mir auch in mehreren Sinnen, in mehreren Aspekten anders gewünscht heute, aber wir hätten heute einfach ganz entspannt die Liga halten können, ist halt VfB, sowas machen wir halt nicht, ich glaube, das ist das perfekteste Beispiel, ist halt VfB, machen wir nicht sowas, Relegation, alle Kräfte bündeln, ist auch da was drin, 0% geben Vollgas Donnerstag, vor allem Heimspielen und natürlich auch im Auswärtsspiel am Montag, dann bleiben wir hoffentlich drin, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich gerne Like und Abo dalassen, klare Geschichte und bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,